Hallo und willkommen bei einem weiteren Video. Wenn man gerade angefangen hat, PHP zu lernen, dann kommt es ja oft vor, dass man sich als Entwicklungsumgebung eben XAMPP aussucht, weil das eben sehr, sehr viele Leute empfehlen. Man installiert einfach XAMPP und kann damit dann direkt loslegen. Allerdings schadet dir XAMPP eigentlich viel, viel mehr, als du es eigentlich weißt. Und in diesem Video zähle ich dir fünf Gründe auf, warum du eigentlich XAMPP nicht benutzen solltest und welche Alternativen es stattdessen gibt. Benutzt du eigentlich immer noch XAMPP oder benutzt du andere Alternativen? Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Der erste Grund, warum man XAMPP nicht benutzen sollte, wäre Windows. Denn XAMPP ist eine Zusammenfassung von PHP, Apache und so weiter und so fort. Und damit PHP eben unter Windows läuft, gibt es im Quellcode einige Stellen, die dann besagen, okay, wenn du unter Windows bist, dann tu das und das. Und wenn du unter Linux bist, tu was völlig anderes. Und diese ganzen Codestellen, die verursachen, dass PHP an sich einen komplexeren Quellcode aufgebaut hat. Es ist ja eigentlich so, dass es eigentlich nur ein Edge-Case ist, dass PHP unter Windows laufen soll. Aber man muss, wenn man ein neues Feature zum Beispiel einbaut in PHP, muss man dafür sorgen, dass es auch unter Windows genauso gut funktioniert wie unter Linux. Und dieser Aufwand, der führt dazu, dass eben die Entwickler, die sich um PHP kümmern, sich auch um solche Dinge kümmern müssen, wie eben die Kompatibilität unter Windows. Die Entwickler könnten eigentlich die komplette Zeit, die sie für Windows-Code aufwenden, sich das Ganze komplett sparen, wenn sie sich einfach nur auf Linux konzentrieren würden. Das Problem ist aber halt, weil viele eben immer noch XAMP benutzen, müssen die Entwickler auch eben Windows unterstützen. Dabei macht das halt wie am Anfang gesagt wenig Sinn, weil in meisten Fällen läuft PHP auf einem Linux-Server und das ist nur für deine lokale Entwicklung notwendig. Das heißt, wenn XAMP an sich weniger populär wird, werden dann die Entwickler immer mehr und mehr den Windows-Code darin vernachlässigen und ihre Zeit besser verwenden. Der zweite Grund wäre LAMP. XAMP kommt ja in mehreren Versionen daher oder in mehreren Arten, wie zum Beispiel XAMP, LAMP, WAMP und so weiter. Also für verschiedene Betriebssysteme gibt es ja eine Version und ich konnte halt mehrfach beobachten, dass gerade am Anfang Entwickler sich an XAMP gewohnt haben, dann später sich einen Server mieten und auf diesem Server dann eben LAMP installieren, weil die sagen, ich habe jetzt einen Linux-Server, also installiere ich da einfach LAMP und habe dann meine gewohnte Entwicklungsumgebung. Tatsächlich ist es aber so, dass weder XAMP noch LAMP noch MAMP noch sonst was eigentlich für den Betrieb von PHP-Applikationen geeignet ist. Diese Dinge wurden entwickelt, damit du schnell und einfach eben auf deinem lokalen PC was entwickeln kannst. Das ist nicht dafür gemacht, dass du eben deinen Quellcode damit hostest. Deswegen sollte man eine Entwicklungsumgebung auf gar keinen Fall live schalten und im Live-System wiederverwenden. Du hast unter XAMP und LAMP da verschiedene Problematiken, wie zum Beispiel, dass die Datenbank auch von anderen IP-Adressen erreichbar ist. Das müsstest du dann eben umkonfigurieren. Dann hast du dann noch ein paar Default-Passwörter wie root-root und so weiter. Das muss man halt auch alles umkonfigurieren. Das machen aber halt viele nicht. Viele installieren sich einfach nur LAMP auf dem Server und hosten dann eben ihre Webseite damit. Und das machen sie halt nur aus der Gewohnheit heraus, weil sie vorher mit XAMP gearbeitet haben. Der dritte Grund, warum man XAMP nicht verwenden sollte, wäre phpMyAdmin. phpMyAdmin kommt hier vor, installiert mit XAMP und alle gewöhnen sich gerade am Anfang an phpMyAdmin und verwenden es halt gerne. Dieses Tool kann eben direkt auf deine Datenbank zugreifen und deine ganzen Tabellen anzeigen lassen. Du kannst dann deine Datenbank manipulieren. Allerdings, wenn du dir mal den Quellcode von phpMyAdmin anschaust, ist er sehr, sehr schlecht aufgebaut. Also das ist wirklich ein sehr schlechter Quellcode und dementsprechend hat er sehr viele Sicherheitslücken. Und oft ist das halt so, dass auch Entwickler, die auch LAMP bei sich installieren, auch noch phpMyAdmin auf ihren Server installieren. Und meistens ist es auch so, dass wenn du einmal dein LAMP auf dem Server installiert hast, dann behältst du das auch so, weil du da nichts aktualisierst und nichts Neues nachinstallierst. Und dann bleibt bei dir eine alte Version von phpMyAdmin drauf liegen. Und phpMyAdmin bringt ab und zu mal ein paar Sicherheitslücken mit. Und prinzipiell ist es eigentlich keine gute Idee, auf seinem eigenen Server eine Schnittstelle zu haben, die direkt deine Datenbank manipulieren kann, beziehungsweise auf die Datenbank direkt drauf zugreifen kann. Du bringst dir halt mit phpMyAdmin eine eigene Sicherheitslücke auf deinen Server drauf, dann bringt es halt überhaupt nichts, wenn dein Quellcode total abgesichert ist gegen Sicherheitslücken oder gegen SQL Injections, aber das Ganze dann eben über phpMyAdmin eh zugreifbar ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass wenn du live phpMyAdmin benutzt und lokal phpMyAdmin, dann kann es durchaus passieren durch irgendeinen Fehler, dass du auch an deiner Live-Datenbank direkt die Daten veränderst und das kann eben zu Fehlern in deinem Live-System führen. Und du kannst halt nicht so einfach unterscheiden, ob du jetzt gerade ein Live-System phpMyAdmin hast oder ein lokales phpMyAdmin. Nunzt lieber stattdessen lokale Tools wie zum Beispiel HIDI SQL, DBIVA oder eben SQL Ace unter Mac. Damit könnt ihr dann eure Datenbankverbindungen hinterlegen, da könnt ihr dann eure Zugangsdaten zwischenspeichern und ihr könnt auf die Remote-Datenbanken über einen SSH-Tunnel zugreifen. Ihr könnt auch eure Verbindungen farblich markieren, sodass wenn ihr euch mit der Datenbank verbunden habt, dann seht ihr, dass ihr gerade mit einer Live-Datenbank oder mit einer Test-Datenbank arbeitet. Und ihr habt eben auf dem Server keine Sicherheitslücke mehr, denn das Tool, was ihr installiert, das ist einfach eine lokale App, die ihr da installiert. Der vierte Grund, warum man nicht XAMP benutzen sollte, ist das Hosting. Meistens kommt es so vor, dass du lokal halt an deiner App arbeitest und dann lädst du die irgendwann auf einem Hosting-Provider hoch. Das Problem ist aber, dass der Hosting-Provider eventuell andere Apache-Einstellungen hat, irgendwelche anderen Konfigurationen hat. Und plötzlich funktioniert dein Quellcode gar nicht mehr, obwohl er bei dir lokal funktioniert. Und dann musst du herausfinden, woran das liegt, nach den Konfiguren suchen und so weiter. Und dann, sagen wir mal, überträgst du die Konfiguren von deinem Hosting-Provider auf deine lokale XAMP-Installation und plötzlich gehen deine anderen Projekte gar nicht mehr. Mit XAMP hast du lokal deine eigene Entwicklungsumgebung, aber das, was auf dem Server liegt, kann eventuell was ganz anderes sein, als das, was bei dir lokal ist. Und so kann es durchaus passieren, dass dein Quellcode, den du lokal über mehrere Monate lang entwickelt hast, am Ende gar nicht auf dem Hosting-Server funktioniert. Wenn du mehrere Projekte hast mit mehreren Hosting-Servern, dann wird das Ganze noch komplizierter, weil du ja dann quasi eventuell das Problem hast, dass du pro Hosting-Anbieter andere Konfigurationen brauchst. Und das Schlimme ist ja, dass du solche Fehler eventuell auch erst zur Laufzeit siehst. Das kann ja sein, dass vielleicht deine Startseite funktioniert, aber deine Registrierungsweiterleitung irgendwie nicht funktioniert, weil da irgendwie Apache anders eingestellt ist. Und das merkst du vielleicht erst, wie gesagt, erst dann, wenn das Ganze hochgeladen wurde. Und deswegen empfehle ich eben nicht, eine andere Entwicklungsumgebung lokal zu haben, als die, die auf dem End-Server ist. Und der letzte wichtigste Grund, warum du XAMP nicht benutzen sollst, ist der Document-Root von Apache. Viele Entwickler nutzen XAMP out of the box. Sie installieren sich das Ganze einfach, schieben ihren Code in HT-Docs-Ordner und arbeiten damit. Aber eigentlich müssten sich alle Entwickler zunächst mal in XAMP die Virtual Hosts konfigurieren. Weil du das Problem hast, dass du deinen Code so entwickelst, dass dein PHP-Code immer im Document-Root liegt und somit dann immer von außen erreichbar ist. Und das ist sehr, sehr fatal. Du musst dich von Anfang an daran gewöhnen, dass du in dein Document-Root nur die Dateien reinlegst, die auch wirklich von außen erreichbar sein dürfen. Alles andere darf nicht von außen aufrufbar sein. Denn später, wenn du ein bisschen mehr PHP gelernt hast, kommt es dazu, dass du Packages installieren musst über Composer oder NPM. Und dann hast du so Dateien, die heißen dann Composer JSON und Package JSON. Und die liegen dann in deinem Document-Root und jeder kann dann quasi von außen auf diese Dateien zugreifen und sich den Inhalt auslesen. Das Problem dabei ist, die können über diese Composer JSON schauen, welche Tools du installiert hast und in welcher Version. Und dann ist es ein leichtes, einfach mal nach Sicherheitslücken für dieses Tool zu suchen und das Ganze dann eben ausnutzen auf deinen Server. Ich bin mir sicher, es existieren sogar Bots da draußen, die alle nach Composer oder Package JSON die Webseiten durchsuchen und dann eben schauen, ob irgendeine Webseite angreifbar ist oder nicht. Und das kommt halt nur daher, weil man eben sich von Anfang an daran gewohnt hat, seinen Inhalt direkt in den Document-Root reinzulegen. Und ich gebe dir mal noch ein viel krasseres Beispiel. Ich mache mal jetzt das Gleiche so, wie es bei Zigarettenverpackungen ist. Man muss erst mal ein schlimmes Bild zeigen, damit man dann eben aufhört zu rauchen. Wir öffnen mal Google und tippen da folgendes ein. db-passwort-file-typ-env Und wie du sehen kannst, siehst du hier ganz viele Webseiten, bei denen die env-Datei komplett freigegeben ist und da stehen dann deine ganzen Zugangsdaten drin zum Server. Da stehen deine ganzen Datenbank-Passwörter und so weiter. Alles ist frei verfügbar unter Google. Dieses Problem ist halt nur deshalb aufgetaucht, weil die Leute nicht aufgepasst haben. Die haben sich jetzt, irgendwann sind die dazu gekommen, Laravel zu installieren, haben das Ganze einfach hochgeladen in Document-Root, so wie es da war, und haben nichts umgestellt auf ihrem Server. Und das ist halt das Fatale, weil du dich eben über XAMPP schon sehr früh an solchen Dingen gewohnst und du weißt halt gar nicht, dass du eigentlich deine Document-Root umstellen musst. Wenigstens sind aber die Datenbanken so geschützt, dass man nur über Localhost darauf zugreifen kann. Das heißt, die Passwörter, die könnt ihr jetzt nicht benutzen. Was wäre denn eine Alternative zu XAMPP? Nun ja, unter Windows kannst du ein Linux-Subsystem installieren und dort zum Beispiel Docker-Container einrichten. Und wie das funktioniert, das habe ich in einem Video schon gezeigt. Das habe ich hier mal oben verlinkt, da kannst du es mal anschauen und mal das ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass XAMPP eigentlich eine schlechte Sache für die PHP-Community ist und dass es bessere Alternativen gibt. Und wenn ich dich nicht überzeugen konnte, dann konnte ich dich wenigstens auf die ganzen Sicherheitslücken hinweisen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!